Fünfter Tag, Post-OP und ich habe schlechte Nachrichten. Ich so gerade noch voll auf Narkose, kommt der Doktor im Aufwachraum und, ja, da kommt der Doktor im Aufwachraum, ne, genau. Auf jeden Fall, er zu mir und sagt mir, ja, freie Gelenkkörper entfernt, Bizeps-Tendinose, Tendinose, Tenodese, kommt der Doktor im Aufwachraum, sagt zu mir, ja, Bizeps-Tendodese war erfolgreich, war gut und alles in Ordnung. Keine Komplikationen und wie geht's mir und ich habe nicht alles verstanden, ich war komplett auf Narkose. Ich habe auch nachher, ich habe geschlafen und ich habe noch Hundebellen hören und so, dann habe ich zu der Schwester gesagt, ey, warum ist hier denn gerade ein Hund durchs Zimmer gelaufen? Da war auf jeden Fall kein Hund. Auf jeden Fall die schlechte Nachricht. Onkel Doktor sagt zu mir, der vermutete Knorpelschaden ist größer als erwartet. Es ist ein Knorpelschaden Grad 4, das ist im Prinzip der größte Knorpelschaden, den man haben kann, weil der Knorpel ist dann komplett weg. Aber nur an einer Stelle, ungefähr so ein Euro Stück groß oder zwei Euro Stück groß, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Und es ist natürlich ungeil, das heißt, ich habe auf jeden Fall jetzt ziemlich, ja, strange Gedanken und Angst auf jeden Fall auch. Das heißt, dass das Knacken und die Entzündung und diese ganze Geschichte, dass das nicht nur die Bizepssehne und die Slap-Läsion war und das war instabil, es hat blockiert. Das heißt, ich konnte den Arm bis hier bewegen, dann hat es blockiert und dann musste ich irgendwas machen, was ich weiter bewegen konnte. Also es war auf jeden Fall etwas, was operativ versorgt werden sollte. Allerdings mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet, dass dann Knorpelschaden Grad 4 rauskommt. Und das ist natürlich echt Kacke für einen Leistungssportler. Das heißt, Sport ist mein Leben. Also ich habe schon viele Verletzungen gehabt und ich habe mich immer wieder erholt. Allerdings ist so ein Knorpelschaden-Ding nichts für schwache Nerven, würde ich mal sagen. Ich hatte so ein bisschen auch Einschränkung in die Außenrotation und das Knacken und das Blockieren und freie Gelenkkörper. Und so im Nachhinein, ah ja, das könnte auch ein Arthrose-Problem gewesen sein. Ich hoffe es mal nicht. Das Problem an dieser Geschichte ist jetzt, ich weiß eigentlich erst in ungefähr drei, vier Monaten, wie die Operation gelaufen ist. Das heißt, ich trage jetzt erstmal ein paar Wochen diese Schlinge und ja, ist natürlich ungeil. Das Ding ist, ach, du hast halt immer irgendwelche schlechten Tage, aber ja, schlechte Tage sind dann letztendlich noch ein Luxusproblem. Ein schlechtes Leben oder was es alles noch so auf dieser Welt gibt, ist natürlich dramatisch. Dazu trainiere ich nur den anderen Arm im Worst Case und mache Belt-Squad und Safety-Bus-Squad. Und vielleicht kann ich sprinten und vielleicht, ich kann auf jeden Fall sprinten. Aber du hörst schon an meiner, also ich will dich hier daran teilhaben lassen, an dieser ganzen Geschichte, an dieser ganzen Operationsgeschichte und dieser, ja, wie soll man sagen, Sinnkrise. Auch den emotionalen Teil. Das heißt, ich habe das jetzt nicht geskriptet. Ich quatsche dich einfach hier voll mit meinen Gedanken. Und was ich gerade sagen wollte, dieses, vielleicht kann ich wieder sprinten, also im Hintergrund schwimmt, auch wenn ich weiß, es gibt viel asymptomatische Befunde und das muss nicht die Beschwerde gewesen sein. Und schwimmt trotzdem dieser Gedanke, ah, das ist ein Schaden, der ist irreparabel. Und das ist halt nicht geil. Und ich weiß nicht genau, wie sich das letztendlich entwickelt. Vielleicht kann ich einfach alles wieder machen. Vielleicht kann ich kein Aufwertpress mehr dafür Bankdrücken. Vielleicht kein Bankdrücken dafür Aufwertpress-Planches. Ich habe jetzt in diesem Moment keinerlei Ahnung. Ich sitze hier im Hotelzimmer in Erlangen. Meine Freundin ist gerade arbeiten, deswegen sind wir noch hier geblieben. Sie muss noch zweiter hierbleiben. Morgen Abend fahren wir. Und heute Post-OP-Tag 5 und ich lasse dich gleich teilhaben an meine Reha-Übungen, die ich jetzt gerade mache. Bevor ich dir die Rehabilitationsübungen zeige, die ich jetzt am fünften Tag mache, einmal kurz Dinge zum Nachbehandlungskonzept. Hier siehst du noch mal Ibuprofens. Das heißt, ich habe diesen Kram nicht genommen, weil es gibt viele Daten, die zeigen, dass das Bone oder Tendent-to-Bone-Healing impert, also eingeschränkt ist letztendlich. Und dass halt Sehnen schlechter anwachsen, dass Muskeln schlechter regenerieren und so weiter. Die Daten sind noch nicht perfekt. Viele Tierdaten zeigen das. Es gibt Daten an Kreuzbandverletzungen und so weiter und so fort. Auch randomisierte, kontrollierte Untersuchungen. Und ich denke nicht, dass eine Entzündungsunterdrückung, nur weil es halt ein bisschen schmerzlindernd sein kann, sinnig ist nach Verletzungen. Generell nicht. Und es gibt wirklich viele Daten, die das letztendlich zeigen und viele Mechanismen, dass das halt nicht cool ist. Meine Schmerzen waren okay. Also ich hatte noch so einen Plexusblock letztendlich und mein Arm war komplett stillgelegt, also eine Lokalanästhesie. Und das war viel unangenehmer als der Schmerz, der danach kam, als das Gefühl wieder kam letztendlich. Und ich hatte mir zum Beispiel jetzt auch, ich hatte so eine Schlinge bekommen, ohne Abduktionskissen. Und das fing am dritten Tag an, wo ich dachte, boah, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Oder vielleicht sogar zweiten Tag, nee, dritten Tag, als ich aus dem Krankenhaus kam. Den ersten Tag habe ich ausgeblendet wegen Narkose. Und dann habe ich mir so eine, auf eigene Faust noch so eine andere Schiene gekauft mit Abduktionskissen, weil ich jetzt drei, vier, fünf Wochen hiermit rumlaufen muss. Vielleicht sogar sechs Wochen, je nachdem. Und das ist ein Game Changer. Das heißt, einfach eine andere Schlinge und ich hatte null Schmerzen. Das heißt, vorher hatte ich so, ja, keine Ahnung, auf so einer Skala von null bis zehn, hatte ich so vier, fünf Schmerzen schon, aber das war okay, nachts halt bis zu zehn und ich konnte einfach nicht schlafen. Und ich habe den Arm dann anders gelagert und dann ging es dann wieder. Und dann den nächsten Tag sofort los zum Orthopädie-Fachgeschäft. Und ich habe mir halt so ein Ding gekauft. Und erst mal, das Erste, was die Damen sagten, ja, haben Sie denn ein Rezept? Ich so, ich habe kein Rezept. Ich brauche so eine Schlinge mit Abduktions, 15 Grad Abduktion. Ja, ja, ohne Rezept, ich so, ich zahle das selbst. Das ist doch egal. Ja, das ist aber teuer. Ich so, das scheiße ich doch drauf. So, weißt du, ich gehe da hin. Ich weiß, dass es nicht umsonst ist, aber mir ist es auch egal, wie viel das dann letztendlich kostet. Ich habe mir das Ding gekauft und instant war das besser. Super angenehmes Gefühl. Ich kann damit deutlich besser pennen. Um den Faktor 10. Ich habe heute Nacht, ja, klar, wenn den Arm die ganze Zeit so hältst, das fühlt sich halt nicht geil an. Aber ich habe diese Nacht, das ist die erste Nacht, wo ich wieder schlafen konnte. Und der Schmerz war nicht wegen der Entzündung oder dem, was gemacht wurde, sondern wegen der Lagerung. Und da solltest du auch bei dir darauf achten. Wenn du beispielsweise mal eine Verletzung hast oder ähnliches, schau, dass es nicht vielleicht einfach die Lagerung ist. Klar, ich kann jetzt nur Bagien fressen, E-Bub fressen und so weiter und so fort, drei, vier, fünfmal am Tag. Aber es ist ja nicht im Sinne des Erfindens. Der Körper sagt ja, hey, die Stellung, die ist nicht geil. Wechsel, wechsel die Stellung. Also ich habe auf jeden Fall keinen E-Bus genommen. Ich habe Eis, habe ich mir drei, vier, fünfmal über die Schulter so ein bisschen gestrichen. Aber auch nichts Wildes. Es gibt auch keine guten Daten, die zeigen, dass das im Prinzip Vorteile hat oder Nachteile hat. Es kann so ein bisschen Schmerzen reduzieren. Es kann dazu führen, dass man weniger Schmerzmedikamente benötigt. Aber von daher, das hat keinen großen Effekt auf die Schwellung. Das kann, wenn es zu lange, zu oft und zu stark ist, können beispielsweise auch die Lymphgefäße schließen. Und dann schwillt es nicht besser ab, sondern schlechter ab. Und also ist nicht optimal. Also in vielen Fällen ist es nicht optimal. Beziehungsweise ich habe es nicht gemacht. Du kannst es letztendlich selbst entscheiden. Ich zeige dir einfach nur hier, was ich gemacht habe und wie ich vorgegangen bin. Die Ernährung im Krankenhaus ist natürlich semi-geil, wenn nicht sogar total ungeil. Ich habe immer, habe ich hier aufgestellt, hier Yggdrasil, Premium-Kollagen-Komplex von uns, Götterspeise. Das heißt, da sind Substanzen drin, die die Kollagensynthese anregen und im Prinzip die Regeneration fördern. Sauerkirschextrakt als Cherry Pure zum Beispiel zeigt in Untersuchung, dass Sportler weniger Muskelkater haben, weniger Muskelschaden und so weiter und so fort. Aber auch solche Sachen wie Kollagenhydrodysat. Es gibt ein paar Daten, auch wenn die Datenlage da sehr, sehr gemischt ist. Aber better try and die. Wenn dir jemand sagt, hey, du hast einen Knorpelschaden und du hast eine Verletzung, dann scheiße ich doch auch auf die paar 10, 20 Euro, was sowas kostet und konsumiere das einfach. Das heißt, das ist eine Chance, die ich habe. Und bei einer gemischten Datenlage, wo es Daten gibt, die zeigen, es hat positive Effekte und andere zeigen, es hat keine Effekte oder nicht bessere als Whey. Ja, scheiß da drauf. Also es gibt potenziell positive Effekte, das ist ja nicht negativ. Weißt du, wie ich meine? Dann ist hier noch Glycin drin selbst, Glutamin drin, Prolin, Hydroxyprolin, Arginin, Citrullin, Leuzin und so weiter. Alles, was im Prinzip die Kollagenzintese anregen kann. Also Kofaktoren dafür, Mangan, Kupfer, Vitamin C. Du kennst das Spiel, Silizium, aber auch beispielsweise Bromelain. Es gibt Daten an Achillessehnenverletzungen bei Ratten. Ist schon witzig, ne? Achillessehnen bei Ratten. Ich kann mir nicht 100% vorstellen, wie das jetzt aussieht. Ich habe die Daten aber gelesen, dass zum Beispiel Bromelain dazu geführt hat, dass die Tenozyten, also die Sehenzellen, deutlich schneller Kollagen produziert hatten und dass sie schneller wieder fit waren. Zusätzlich gibt es beispielsweise Daten zu Bromelain bei Arthrose, das heißt bei, ich lasse mich lügen, Knie- oder Hüftarthrose. Auf jeden Fall haben die deutlich weniger Schmerzen bei ungefähr 160 Milligramm. Hier ist 150 Milligramm drin und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann hier letztendlich jeden einzelnen Nährstoff hiervon aufzählen, warum der da drin ist und warum das sinnig ist, das nach der Verletzung einzunehmen. Ich habe es auf jeden Fall genommen, damit ich im Prinzip die Krankenhauskoste ein bisschen pimpen kann. Dann Lactopherin, Milchsäurebakterien letztendlich, weil du bekommst bei einer OP eine Antibiose und ich möchte nicht, dass im Prinzip meine Mikroflora durcheinander gerät. Zumindest habe ich hier Milchsäurebakterien dabei, Lactopherin dabei, auch weil ich keinen Bock habe auf Infektionen. Lactopherin ist letztendlich das natürliche Antibiotikum, das findet sich in der Muttermilch und hat positive Effekte letztendlich auf dein Immunsystem, auf deine Abwehrfunktion. Und es gibt einige Daten, einige Hinweise, die zeigen, dass Lactopherin sich positiv auf das Schmerzgeschehen auswirkt und, lass mich lügen, auf die Kollagensynthese. Aber da muss ich gerade nochmal gucken. Ich habe die Untersuchung dazu jetzt gerade nicht im Kopf, das müsste ich raussuchen. Aber da gibt es viele coole Effekte, die im Prinzip Lactopherin als eher vorteilhaft nach einer Operation hinstellen. Zusammen mit Vitamin D3, das heißt Lactopherin plus D3, hat auch positiven Effekt auf die Gegeninfektionen letztendlich. Das heißt, D3 ist noch Vitamin C drin, D3, Vitamin K2, Acerola-Extrakt, Holunderbeeren-Extrakt. Da gibt es ein paar Daten, die zeigen, dass Holunderbeeren-Extrakt dazu führt, dass man weniger Infektionen auch bekommt. Deswegen ist das halt da mit drin. Letztendlich hat das aber auch letztendlich, wenn es nur das Vitamin C, K2, D3 ist, YOLO, das hat einen positiven Effekt auf die Kollagensynthese des Gewebes und sorgt dafür im Prinzip, dass der Knochen schneller wieder heilt, der angebohrt wurde. Da ist ja jetzt so ein Anker drin in den Knochen rein und an diesem Anker sind Fäden und die halten dann die Bizepssehne fest und die wird ja abgeschnitten bei so einer Tenodese und jetzt pappt die Bizepssehne nicht mehr tief im Gelenk, sondern hier vorne dran. Und Vitamin C, Vitamin D3 hilft natürlich auch dabei, das Gewebe hier schnellstmöglich wieder stabil zu machen. Kollagen noch einmal, nicht Kollagen, sorry. Omega-3 hat auf jeden Fall auch einen positiven Effekt auf Entzündungsneigungen, Schmerzen und so weiter und so fort. Nicht einfach nur Hochdosen, sondern du brauchst so deine 1, 2, 3 bis 4 Gramm am Tag. In unterschiedlichen Altersgruppen gibt es unterschiedliche Daten, aber letztendlich brauchst du ausreichende Mengen an Arachidonsäure, das ist die Omega-6-Fettsäure, die tierische und einmal die tierische, kommt auch in Algen vor, deswegen hier in Klammern, Omega-3-Fettsäure, EPA und DAA. Die drei zusammen, daraus werden dann Lipoxine gebildet und da wird im Prinzip der Eicosanoid-Switch durchgesteuert, dass letztendlich die Wundheilung starten kann und die Entzündungsphase abgeschaltet wird. Dafür brauche ich Arachidonsäure und EPA und DAA letztendlich. Das heißt, auf immunologischer Ebene. Das habe ich auf jeden Fall mitgehabt. Plus, ich hatte Trockenfleisch. Ich zeige dir einmal, habe ich das noch hier. Das ist keine Werbung jetzt hier. Es soll einfach nur zeigen, du kannst das auch von jedem anderen Hersteller kaufen. Hier geht es letztendlich nur um, dass ich dir zeige, was habe ich so gegessen und wie habe ich mich versorgt mit Nährstoffen. Ich habe hier so Trockenfleisch gekauft. Ich habe einfach random irgendwelche Trockenfleischprodukte. Das hat relativ viele Kohlenrate. 16 Gramm würde ich nicht nochmal kaufen. Aber auch darum soll es jetzt nicht gehen. Das schmeckt ganz gut, ist okay. Das hat hier eine Tüte, hat knapp 50 Gramm Eiweiß. Ist auf jeden Fall eine geile Nummer. Das heißt, damit kannst du letztendlich auch deine Krankenhauskost und deinen Nährstoffbedarf decken und deine Krankenhauskost aufwerten. Das dritte, vierte, was ich noch gemacht habe, was auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, für eine adäquate Wundheilung. Also darum geht es ja letztendlich, um eine perfekte Wundheilung, so schnell wie möglich wieder fit zu sein und jede Chance zu nutzen und keinen Störfaktor der Wundheilung im Prinzip nutzen, was halt oftmals leider gemacht wird. Mangelernährung, Ibu, Eis, Inaktivität, Psychostress. Das sind so Wundheilungskiller, die sollte man auf jeden Fall vermeiden. Psychostress habe ich aber, wegen der Angst, was ich eben schon erzählt habe. Und das ist wirklich Angst. Nicht nur Angst vor Wiederverletzung, sondern Angst auch, dass so ein Schaden bleibt, dass man den nicht wieder in den Griff kriegt. Und das ist halt schon sehr, 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 sehr strange. Und hey, ich bin kein Laie auf dem Bereich, in dem Bereich, auf dem Gebiet. Und ich betreue Sportler und sorge dafür, dass die nach einer Verletzung wieder wettkampftauglich werden. Das mache ich seit knapp 20 Jahren. Und ich habe ein Buch über das Thema geschrieben und arbeite, ja, habe täglich 10, 20 Klienten in dem Bereich und seit, ja, vielen Jahren. Das heißt, ich habe schon viel gesehen und ich habe auch schon viel selbst gehabt, was Verletzungen angeht. Aber immer wieder spannend, aufs Neue sowas zu erleben am eigenen Körper. Muss ich wirklich sagen, ja. Das prägt dich auf jeden Fall und verändert deine Gedanken bezüglich Training, Leistungssport und, ja, Leben generell halt. Also, ich will auf jeden Fall keine Störfaktoren für die Wundheilung haben. Psychostress ist einer. Aber da kannst du beispielsweise mit mentalem Training arbeiten, dass du dir vorstellst, welche Bewegung möchtest du wieder machen, kannst du sie wieder machen und du führst die dann auch wirklich in deinen Gedanken aus. Innere Selbstgespräche, Autosuggestion letztendlich, das heißt Affirmationen, das heißt solche Psychotools, die bringen auf jeden Fall schon was, um den Rahmen so ein bisschen zu wechseln. Das nennt sich auch Reframing im NLP. Das erzähle ich nicht nur Klienten, sondern das setze ich jetzt natürlich auch selbst für mich ein, dass ich die Stresskaskade so ein bisschen reduziere zumindest, so gut ich kann. Dann ganz wichtig, kommen wir jetzt zu dem vierten Punkt und das ist aktiv bleiben. Das heißt körperlich aktiv bleiben, das heißt den ganzen Tag nur im Zimmer hängen, den Kranken spielen und Netflix gucken und Eis essen. Metabolischer Stress, das heißt hohe Blutzuckerspiegel, hohe Cholesterinspiegel, hohe Triglycerinspiegel, das heißt durch Inaktivität, durch zu viel fressen, durch nicht bewegen und so weiter. Hast du eine schlechtere Wundheilung, steht alles in meinem Buch, wenn du das genauer wissen willst, wie das funktioniert. Da geht es unter anderem um den Switch von M1 zu M2, Mokrofagen und so weiter und so fort. Über und so weiter. Ist egal. Möchte ich jetzt nicht, sonst wird das Video einfach zu lang. Dann hast du letztendlich dann auch deine Inaktivität, die dazu führt, dass die Blutzuckerspiegel, Blutfettwerte, Triglyceride etc. steigen und letztendlich ist Bewegung auch Schmerz lindern, sorgt dafür, dass die Trophik auf Ganzkörperebene verbessert wird, dass die Durchblutung auf Ganzkörperebene verbessert wird und dann hast du noch den Cross-Education-Effekt, wenn ich den flexe, wenn ich den anspanne, ich würde jetzt mit dem anderen Arm gerne das T-Shirt hochziehen, weil der Arm dann fetter aussieht. Boah, wie unwichtig das eigentlich gerade ist. Alter Schwede. Ich muss es dir sagen. Auf jeden Fall, wenn ich den trainiere, habe ich letztendlich einen positiven Effekt auf die Areale, die ich hier nicht so wirklich bewegen kann. So, jetzt kommen wir aber zum Rehaplan. Ich zeige dir, was ich jetzt mache und so sieht ungefähr auch noch die nächsten zwei, drei Tage aus. Danach die Woche mache ich ein neues Video und ich zeige dir dann, wie es funktioniert. Bleib auf jeden Fall dabei auf dem Kanal, abonnieren, speichern. Du weißt Bescheid. Dann kannst du dir das Ganze nochmal angucken. Du merkst schon, du merkst schon, ich habe Bock. Ich habe Bock, weil das dauert jetzt ein Jahr, bis das wieder wirklich stabil ist. Ein fucking Jahr. Nach drei, vier Monaten kann ich einigermaßen wieder belasten, trainieren und dann wirklich aufbauen, dass ich wirklich voll belastbar bin. Ein Jahr Minimum. Das Ding kann ich auch einfach wieder wegflexen. Plus der Gedanke mit dem Riesenknoppelschaden. Auf jeden Fall den rechten trainieren, also den Unverletzten, so gut es geht. Das ist jetzt der Captain of Crush Nummer drei. No-Sat-Grip. Nein, Quatsch. Das ist ein Esser. Das ist ein Sportding. Habe ich noch irgendwo gefunden und mir irgendeiner mal geschenkt. Den kann ich hier auch trainieren. Da muss ich aufpassen, dass der Bizeps nicht anspannt. Aber du versuchst, alles drumherum zu trainieren, was halt möglich ist, was halt noch funktioniert, damit das nicht abgebaut wird. Plus hat letztendlich Crossing-Effekte zu nutzen. Du hast auch bessere Wundheilung, wenn du halt deutlich mehr bewegst. Auch drumherum, auch die Areale, die letztendlich ja, unbeteiligt sind. Hier Extensive Hands, Bands. Ich zeige es einmal nur schnell, dann hast du es einmal gesehen. Ich mache das natürlich noch mal ein bisschen gescheiter gleich. Ich halte gerne mit dem Bizeps fest, weil ich bin Linkshänder, das macht es ja noch ein bisschen schwieriger. Eben ist mir was hingefallen, also die Toilettenrolle beim Pipimax machen. Ich wollte ins Klo fallen, ich wollte nachgreifen. Und was macht man als guter Linkshänder? Man greift nach. Das heißt, was fällt, lass fallen. Kamera eben auch, die musste einmal fallen. Aber ich habe sie dann fallen gelassen. Ist halt so. Das heißt, dein Körper ist wichtiger als so ein Scheißgegenstand letztendlich. Und wir haben nur einen Körper, Mann. Wir haben nur einen Körper. Deswegen mach dir Gedanken darum, weshalb machst du das, was du machst oder warum lässt du das, was du nicht machst. Du weißt, was ich meine. Ich bin hier rausgehole. Man wird natürlich gut in einarmig bewegen und einarmig an- und ausziehen. So. Mein atrophierter kleiner Arm. Alter Schwede. Subination darf ich aktiv nicht machen. Wurde mir verboten. Weil der Bizeps im Prinzip Subination macht und Flexion. Ja, bei mir jetzt nur noch Subination und Flexion. Der hat jetzt bei mir keinen Effekt mehr oder keine Funktion mehr auf Ebene des Schultergelenks. Normalerweise macht der Bizeps auch eine Antiversion, ein bisschen Abduktion und Innenrotation auf Schultergelenksebene und das fällt jetzt bei mir komplett aus. Also, der Bizeps auf Schultergelenkebene. Das heißt, der Arm wird jetzt in einigen Richtungen, in einigen Geraden 10, 20% maximal schwächer sein. Aber das ist, glaube ich, zu verkraften. Das kann ich auch kompensieren mit Delta etc. Das heißt, ich tausche Punktum Fixum und Punktum Nobile und kann im Prinzip hier beugen und strecken im Ellbogengelenk. Ich darf den Arm gestreckt hängen lassen, laut den Doktoren. Das Problem ist einfach, ich darf andere Sachen nicht, wo meiner Meinung nach biomechanisch weniger Belastung stattfindet. Also spare ich es mir. Also bin ich gerade im Prinzip lieber auf der sicheren Seite. Ich bewege viel und sorge dafür, dass das Gewebe adäquate Reize bekommt. Aber da muss jetzt noch kein Zug dran. Letztendlich ist die Bizepssehne oben am Knochen verankert, hängt mehr oder minder am seidenen Faden. Ich habe da keinen Bock, jetzt irgendwie den Harten zu spielen. Ich mache eh schon mehr und anders als viel anderen wahrscheinlich. aber ich muss mir hier nichts beweisen. Das heißt, wichtig ist in der ersten Phase, dass das Gelenk beweglich bleibt oder wird letztendlich. Aber ich merke auf Ellbogengelenkebene keinerlei Einschränkung zum Glück. Das heißt, das ist schon mal gut. Das kriegt keiner ab. Durch die ganze Geschichte Schulter-Ebene. Das ist schon ein bisschen jetzt Bizeps festhalten, dass ich keine Beugekomponente mache und den alten Sack hier liegen lassen. Also das geht heute schon wesentlich besser, obwohl es Klik-Klack macht. Klik-Klack, Klik-Klack im Gelenk. Und das Ding ist einfach klar, es kann jetzt alles knacken. Dieses Knacken, auch die Stelle, wo es knackt, die hatte ich allerdings vor der OP auch. Das heißt, das ist ungeiler Gedanke letztendlich. Das heißt, das ist ein sehr, sehr ungeiler Gedanke. Alter, die ganze Scheiße und sonst halt. Ich konnte vor der OP, den Tag vor der OP konnte ich noch Handstadt machen oder konnte ich wieder. Ich hatte ja konservativ gemacht. Dann hatte ich aber, dann habe ich mit Freundin gesprochen und gesagt, hey, meinst du echt, OP ist sinnvoll? Ey, guck mal, ich kann ja echt viel wieder machen und so. Und ja, da habe ich mich gedreht und dann ist die Schulter wieder blockiert. Und dann dachte ich, ja, komm, das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass sie immer mal wieder Faxen macht und dann blockiert und hier und da. Und ich bin ja stark davon ausgegangen, das ist nur die große Slap-Läsion. Das ist eine große Slap-2 war das. Das heißt, da ist im Prinzip der Bizepsanker mit dem Labrum vom Glenoid, also von der Schultergelenkspfanne gerissen. Und ja, das ist dann anders gelaufen als geplant. Also zumindest wurden noch andere Sachen entdeckt, wovon ich vorher noch nichts weiß. Außenrotation ist gerade komplett eingeschränkt. Ich kann keine Außenrotation, das heißt, ich werde auf jeden Fall gerade eine leichte Kapsulitis haben. Gefürchtet ist natürlich auch eine Frozen-Schulter nach Schulterverletzungen, Schulteroperationen, auch nach normalen Schulterverletzungen letztendlich. Und diese Shoulden-Frozer, Frozen-Schulter korreliert beispielsweise mit metabolischer Inflexibilität, Diabetes, Bluthochdruck, Leberproblematiken, schlechter Darmflora, Low-Grid Inflammation und Ähnlichem. Sehr, sehr stark zumindest. Infektionen, Proprioni, Bakterium, Agnes. Auch das liest du beispielsweise in meinem Buch. In meinem Buch Diagnose sport-unfähig erhältlich auf www.götterspeise.de Das ist auch meine Supplement-Brand, wenn du das noch nicht wusstest. Das ist auf jeden Fall coole Sachen. Ich danke dir für deinen Support. Auf jeden Fall diese Frozen-Schulter ist ja recht gefürchtet. Tritt nicht so häufig auf. Manchmal tritt sie auf. Spontan tritt sie auf. Männer sind gehäuft betroffen. Und weil halt metabolische Faktoren etc. damit reinfließen, aber auch psycho-emotionale Faktoren, ist natürlich wichtig, dass du dem letztendlich auch entgegnest, indem du dich nicht komplett ernährst. und nicht komplette Scheiße machst, nur weil du jetzt verletzt bist. Ich würde am liebsten mir den ganzen Tag Pizza bestellen, Eis essen, Netflix gucken und so, aber letztendlich ist das kein Survival-Vorteil und erhöht das Risiko, dass irgendeine Scheiße passiert, wo ich keinen Bock drauf habe. Und letztendlich mache ich dann hier meine Reha, meine lockere Reha hier im Scheiß-Hotelzimmer. Ich wäre lieber zu Hause, wäre ich jetzt zu Hause, würde ich ins Studio fahren, würde ich Beinstrecker machen, Beinbeuger, Hips-Trust, ich würde meine Beine trainieren, ich würde den anderen Arm trainieren. Ich meine, würde ich mich deutlich weniger depressiv anhören und deutlich weniger krank fühlen. Ich sag's dir, wie es ist, aber genau. Das sind ungefähr die Hauptübungen, die ich jetzt gerade mache. Letztendlich Abduktion, bin guter Dinge, dass es keine Frozen-Schulter wird, weil ich komme schon relativ hoch. Achso, dann gab es noch eine superchromiale Dekompression. Bin ich kein Fan, was die Daten angeht, das ist alles nicht so überzeugend, aber ja, das wird jetzt gemacht. Happy birth. Genau. Und fühlt sich so ganz, ganz okay an. Genau. Dann mache ich noch ein bisschen Isometrie mit dem Flügel. Das heißt, ich drücke, wenn er in der Schiene ist, mit dem Ellenbogen gegen die Wand für Abduktion. Da ist der Bizeps nicht dabei. Ich drücke in mein Abduktionskissen, in die Abduktion, dann habe ich schon mal die Schulter dabei, habe ich Brust und Latissimus dabei, so ganz, ganz leicht. Trizeps hier beispielsweise, wenn ich den hier lagere und hier nach unten drücke, ich drücke jetzt nach unten, habe ich Trizeps dabei, dass der so ein bisschen aktiviert wird und wenn ich den nehme, Ellbogen halten und jetzt drücke ich nach hinten in den Stuhl, also nach da letztendlich und da habe ich die hintere Schulter und Latissimus ein bisschen dabei. Das heißt, ich nutze letztendlich das, was ich kann, um möglichst wenig abzubauen, möglichst wenig zu verlieren, möglichst schnell wieder da zu sein und ich mache das letztendlich den ganzen Tag. Das heißt, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit der Schulter. Ich weiß nicht, ob das gut ist, das kann ich ja mit meinem Psychologen besprechen, ich habe noch keinen, aber vielleicht brauche ich irgendwann einen bei den ganzen Verletzungen, aber ja, ich möchte, dass es wieder fit ist und das hat jetzt meine absolute maximale Priorität und Aufmerksamkeit. Ein Fleck, den du hier siehst, ist Zahnpasta, weil ich muss ja jetzt mit dem anderen Arm meine Zähne putzen, ich bin Linkshänder, ich mache einfach hier links normalerweise, das muss ich so mit der rechten Hand machen und der Alltag ist so, ja, ist jetzt nicht so gravierend, ist jetzt kein Tumor oder keine Ahnung, aber es ist schon ein bisschen beschwerlich, was man letztendlich auch nicht sofort auf dem Schirm hat, wenn man noch nie eine Verletzung hat. Ich kenne das letztendlich, vor fünf Jahren ist mir hier der Ellbogen ausgekugelt und die Muskeln abgerissen und das ist wieder alles safe und zum Glück ist alles wieder safe, hätte auch anders kommen können und jetzt einmal andersrum. Das ist natürlich super ärgerlich, dass das nochmal aufgetreten ist, ich hatte keinen riesen Trainingsfehler tatsächlich, das muss ich dabei sagen, ich habe hier nichts, ich habe an dem restlichen Körper gerade nichts, die letzten fünf Jahre war ich nahezu verletzungsfrei, alles war safe und das einzige Problem ist einfach, dass das ein Schaden ist, der war vor 20 Jahren da, ich habe das ja schon mal in einem vorherigen Video erklärt und das ist so groß geworden letztendlich, dass es mich wirklich eingeschränkt hat. Die Schulter ist drei, viermal in den letzten Jahren ausgekugelt, vielleicht sogar mehrmals und das ist ja auch ungeil letztendlich halt, das kann natürlich auch zu Knorpelschäden führen und ich habe mir auf jeden Fall viele Gedanken gemacht zu dem Thema und ich lasse euch so ein bisschen auf meiner Reise mit teilhaben. Wenn du das Thema interessant und spannend findest und dich für das Thema Verletzung und Rehabilitation von Verletzungen interessierst und Physiotherapie und so weiter und so fort und vielleicht selbst auch mal betroffen bist oder was, dann würde ich mich freuen, weil es um diese Themen geht, dass du diesen Kanal abonnierst und auch für das nächste Video, dass du siehst, okay, wie geht die Reise bei mir weiter. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, nutzt gerne die Kommentarfunktion und dann würde ich sagen, ciao Kakao, bis später, auf Wiedersehen.